Zuhause von Ajax, Amsterdam und hier hat kein Auswärtsteam seit November 2017 mehr gewonnen. Warnung genug für Real Madrid, André Rieu, der Hausgeiger ist... Aber die Kurve gekriegt, spätestens und zwar... Und Robert Vucan, seine Assistenten von Radio Bruno, Bale und Reguilon, drin für Vazquez und Vara. Die Schweigeminute für den kürzlich verstorbenen Emiliano Salah. Der Fico von Onana, Schöne und der Jung auf der Doppel... Der Blick natürlich auf Nicolas Tagliafico, er ist Argentinier, genauso wie Santiago Solari, Emiliano Salah. Ajax. Und los geht's. Ein Linksfuß. Um den Fuß zu kommen, um in den Abschluss zu kommen, der Ball ist zu weit. So, wir haben den ersten Abschluss. Und er kommt... Rechts ist Bale. Bale, erst jemand zur Unterstützung, siehe ich! Gut von Tadic. Und die erste Chance! Die erste Großchance, Masraoui. Traf in München beim 1-1. Hier der Fehler von Seth Kroos. Kein Foulspiel. Was für ein Tempobeginn. Der Gastgeber und dann nimmt Nacho erstmal... Er macht Klasse Schöne. Mit Tempo. Und er ist schnell. Vinicius! Onana, Passquote generell. Pässe, gegnerische Hälfte, Passquote, gegnerische Hälfte. Und Ballbesitz. Benzema zeigt was an, aber der ist für Ohne. Nochmal Ajax, Tadic. Der ist soweit für Nevis. Tadic! Tadic! Na, ist so einfach. Kann schon ins Stolpern. David Neres. Neres, abgelaufen. Bale. Bale. Tadic! Pfostenschuss von Tadic. Follt auch noch in die Zeit. Modric. Das ist ein Anspiel, mit dem Casemiro nicht viel anfangen kann. Das Beste hat Real hier noch rausgeholt. Van de Beek, gut gesehen. Und Ziyech! Da gibt's. Da gibt's. Und Probleme bei Tourtois. Und jetzt ist der Ball drin! 1-0! Ajax verdient. Absolut verdient. Und ich glaube, es war Masraoui, der Rechtsverteidiger. Oder? Und Schöne. Das ist gegen eins. Tadic. Braucht ihn auf dem Linken. Dusan Tadic. Und Schöne. Gutes Auge. Tagliafico. Gegen Carvajal. Skomina gibt den Freistoß. Skomina gibt den Freistoß. Und Schöne. Tagliafico. Engagiert ein tollen Auftritt in der ersten Hälfte! Sie taten das nicht, aber wenn du Real Madrid, nochmal 0 z 0 in die�teri- Schade für ihn, dass das Tor nicht zählte und jetzt hereinspaziert. Real Madrid zum 23. Mal, ihn sehe ich. Und Modric kommt gestreckter her. In der Ausholbewegung trifft der Serbe. Und Benzema! Und plötzlich ist Gefahr da. Real Madrid, ruhig einen Angriff. Es startet. Gut. Kein Abseits. Nehres. David Nehres. Immer noch Nehres. Aber dann hat er den Ball auf dem schwächeren. Rechten Fuss. Holt sich Defensivstärkchen. Bale zieht. Lech lässt ihn da über die Klinge springen. Es gibt die erste gelbe Karte der Partie. Vinicius, Falschspiel. Vinicius ist durch. Vinicius gegen die Licht. Vinicius für Benzema. Und Benzema zum 1-0 für Real Madrid. So ist Fußball. Da werden die 45 Minuten lang an die Wand gespielt. Von einer entfesselten Ajax-Mannschaft. Der Ball ist für Tagliafico. Santiago Solari peitscht den Brasilianer zurück. Das war ein Foulspiel. Tarec. Und wieder Sergio. Masraoui. Und Reguilon. Lässt das Bein stehen. Gibt gelb. Auch wenn es das erste... Siehe ich. Nehres. Gut gespielt. Und Stolberg. Erste Aktion des jungen Dänen. Nehres. Und ziehe ich. Pack ihm. Ziehe ich. 1-1. 75. Und damit trifft Ajax Amsterdam auch im 24. Pflichtspiel in Folge. Vazquez. Vazquez. Reguilon. Und Asensio. Gefährlich. Außennetz. Nochmal Asensio. Und nochmal. Stolberg. Reguilon wird nicht angegriffen. Carvajal. Und Asensio. Asensio in Minute 87. Mit dem K.O. Für Ajax zumindest was dieses Spiel angeht. Vorne ließ er die jungen austoben. Klares Vollspiel. Tadic. Sehe ich. Fiel durch die Mitte. Dolberg ist durch. Dolberg. Dolberg gegen Courtois. Aber der Däne trifft den Ball nicht richtig. So. Spiel ist durch. Real gewinnt es mit 2 zu 1. Aufgrund zweier verschiedener Halbzeiten. Tempo der ersten war nicht mitzugehen.